Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video wollen wir mal darüber sprechen, wie es eigentlich am besten ist, wie du dein Business startest. Und deswegen lass uns nicht lange schnacken. Ob geht's mit dem Intro? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik, der Mitgesellschafter bei MehrGeschäft. Und ich möchte mal mit dir über etwas sprechen, was extrem wichtig ist. Aus dem einfachen Grund, ich hatte ja vor MehrGeschäft bereits ein eigenes Business, bei dem ich auf eine Menge Widerstand gestoßen bin, als ich angefangen habe. Und deswegen möchte ich einfach mal so ein bisschen Learnings mitgeben, wie du es vielleicht für dich, für denjenigen, der jetzt gerade am Anfang steht und sagt, okay, wie soll ich jetzt eigentlich in diesem ganzen Dschungel eigentlich anfangen? Auf was muss ich eigentlich alles achten? Ich möchte einfach mal ein paar Tipps mitgeben, die wichtig sind, die du für dich implementieren könntest, wenn du Bock drauf hast, weil es dann eben ein bisschen einfacher ist. Also, lass uns mal anschauen, was du als erstes machen solltest. Und zwar, Tipp Nummer eins, den ich dir mitgeben möchte, ist, du musst dir erstmal ein sogenanntes Ziel setzen. Das heißt, das ist immer erstmal die Frage, in was für einem Bereich möchtest du eigentlich, in was für einem Bereich möchtest du dich eigentlich selbstständig machen? Oder mit dem Wissen, was du hast, in ein Online-Business verwandeln. Ich hatte damals, das ist ein paar Jahre her, vor meinem Geschäft, mir überlegt, ein Freund kam auf mich zu, der sagte, du baust doch bereits für andere Menschen, für meinen Vater zum Beispiel, der ist Unternehmer, habe ich Webseiten gebaut. Und zwar, damals war das noch 1999, habe ich damit angefangen, meine ersten Webseiten zu bauen, das waren doch so Visitenkarten. Das waren keine Funnel-Systeme, sondern das waren Visitenkarten. Also hat er gesagt, du weißt doch, wie man so Webseiten baut, deswegen überleg dir doch mal, welche Zielgruppe gibt es eigentlich im Internet, die Webseiten eigentlich bräuchte, um mehr Kunden und mehr Umsatz zu machen. Also kam relativ schnell auf, immer Dominik, der geht gerne essen. Also habe ich gesagt, ich mache einen Restaurant-Newsletter. Und da habe ich mir also überlegt, ich gehe proaktiv auf Restaurants zu und werbe für sie in einem E-Mail-Newsletter. Der nannte sich damals Feinschmecker VIP. Und deswegen habe ich mir dann das Ziel gesetzt, ich möchte mit diesem Business automatisiert Kunden gewinnen für die Restaurants. Die Restaurants wiederum haben mich dann dafür bezahlt, dass ich in meinem Newsletter für sie geworben habe. Das heißt, so 300 Euro hat so eine Anzeige gekostet. Je nachdem, wo man gelistet werden wollte, hat es dann auch ein bisschen teurer. Habe ich ein bisschen was Teureres genommen, weil die natürlich als erstes gelesen werden, sind natürlich auch die, wo die meisten am meisten draufklicken. Also deswegen als erstes, wenn du mit deinem Business starten möchtest, setzt du dir erstmal ein Ziel und überleg dir einfach mal, was willst du eigentlich? In meinem Fall war es eben, ich mache Restaurant-Marketing für Restaurants. Clever, ne? Okay, Punkt Nummer 2. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den wirst du, egal ob du jetzt schon Online-Business hast oder bereits ein Unternehmer, der schon seit Jahren erfolgreich ist, an diese Situation wirst du immer gekommen sein. Und zwar, als ich damals angefangen habe, mir das in den Kopf zu setzen. Ich war ja damals noch angestellt, hingestellt, ich habe in der Bank gearbeitet, sicheren Job gehabt und dann habe ich angefangen von meiner Idee, um diesem Restaurant-Marketing zu erzählen. Und was ist passiert? 99,9% der Leute, die ich das erzählt habe, waren alle so von wegen, pff, sowas gibt es doch in dieser Form schon oder eben noch viel besser. Das müsste doch gar keiner haben. Deswegen, ganz wichtig, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, das meine ich so, wie ich es schreibe, höre nicht auf andere. Insbesondere nicht aus deinem direkten Umkreis. Das heißt also, Friends and Family, ich weiß, sie wollen am Ende nur das Beste für dich. Bei mir war es auch so, dass inklusive meiner engsten Familie es so war, dass sie gesagt haben, lass das lieber, das kann ja nichts werden. Also lass dir lieber nicht von Leuten sagen, die selber noch nie was in der Richtung gemacht haben, wie man es vielleicht machen sollte, sondern du wirst auf Widerstand stoßen. Egal in welchem Bereich du bist. Ob du nachgesehen Gänzungsmittel verkaufst, eine PDF-Anleitung für ein Dreistückchen-Hinderstall, es ist Sheet egal. Die Anzahl derer, die das genauso geil finden wie du, ist relativ gering. Und deswegen möchte ich einfach mitgeben, höre nicht auf das, was andere sagen. Passt. Richtig? So, drittens und Punkt Nummer drei und das war nämlich damals so, dass dieses Feinschmecker-VIP-Projekt dadurch zustande kam, weil ich halt einen Freund von mir hatte, der liebe Bernhard, der gesagt hatte, hör mal, das ist ein geiles Projekt, von daher hast du nicht Bock, das zu machen. Also, wenn ich dir ein Tipp Nummer drei mitgeben darf, suche dir Partner. Und damit meine ich nicht nur Leute, mit denen du gemeinsam das Geschäft aufbauen kannst, sondern Leute, die genauso ticken wie du. Also unsere Coaching-Kunden werden deshalb so viel erfolgreicher, weil sie bei uns in einer Gemeinschaft sind, wo wir alle daran glauben, dass man in seinem Online-Geschäft extrem viel Geld verdienen kann. Und das ist ein anderes Mindset, als 99% der Leute da draußen, die noch gar nicht verstanden haben, dass man mit dem Internet Geld verdienen kann. Und das meine ich halt eben mit, suche dir einen Partner, nicht mit zwingend, der kommt irgendwie mit da rein, der verdient da ran, sondern jemanden, der dich unterstützt. Und deswegen, das kann sein, in meinem Fall war es jetzt nur der Bernhard, der hatte eine geile Idee und ich habe sie halt umgesetzt. Das heißt also, suche dir Menschen, die zum Beispiel einfach nur eine Idee haben, wo du sagst, okay, finde ich irgendwie eine geile Sache. Mir fällt gerade mal ein, das ist wirklich kein Witz. Wenn du ganz am Anfang stehst, würde ich jetzt von heute auf morgen nicht mehr hier sein, sondern anderes was machen, dann würde ich zum Beispiel das Thema Frigidität, kein Witz, die sexuelle Unlust der Frau, würde ich zum Beispiel als Thema nehmen, weil das ist ein großer Schmerz im Internet, habe ich alles schon recherchiert, nicht aus privaten Gründen, sondern einfach nur, um zu gucken, welche Nische funktioniert eigentlich heutzutage. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das ein Riesenthema ist, was die Leute extrem interessiert. Gibt es Foren voll, Facebook-Gruppen und so weiter. Also was wäre die Idee? Suche dir einen Partner, wie zum Beispiel einen Frauenarzt, wo du sagst, hey, pass mal auf, ich mache für dich das ganze Marketing, der Content kommt von dir. Du kriegst dafür, keine Ahnung, 20, 25 Prozent, den Rest mache ich, weil ich schalte Werbung, ich schalte die Landingpages, ich mache das E-Mail-Marketing und so weiter. Der Rest ist für mich. Wäre auch eine Idee, einen Partner zu suchen. Ich bin mal gespannt, wer von euch da draußen jetzt das Thema Friedenität macht. Ist wirklich kein Scherz. Das ist ein Suchbegriff. So, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich kann es schon gar nicht mehr erzählen. Punkt Nummer 4 ist, und der ist extrem wichtig, wenn du einmal herausgefunden hast, welches Ziel du verfolgen möchtest, ganz wichtig, du hörst nicht auf das, was andere sagen, und wenn du einmal dir überlegt hast, entweder du bearbeitest mit einem Partner zusammen oder eben, es gibt nur einer, der eine Idee hat, dann brauchst du einen sogenannten USP, einen Unique Selling Point, also ein Alleinstellungsmerkmal, was dich von anderen an abhebt, weil im Internet gibt es jeden Tag zig, zehntausende neue Webseiten, liegen so bei 70.000 neue Webseiten am Tag, nur WordPress, da sind die ganzen anderen Sachen noch gar nicht mehr dabei, das heißt, der Kunde wird überflutet an Informationen, Produkten, Dienstleistungen, du kannst alles mögliche kaufen, also als ich die erste Webseite in 1999 gebaut habe, war das bei weitem noch nicht so viel, das Ganze, es hat sich einfach extrem viel und schnell in diesem Internet alles hochgebaut, und deswegen brauchst du ein Alleinstellungsmerkmal, damit du dich von anderen unterscheidest, ob das dein Marketing an sich ist, ob das das Angebot an sich ist, du musst etwas anders machen, ansonsten versinkst du in diesem ganzen Pool der nächste Nahrungsergänzungsmittel-Shop, Nahrungsergänzungsmittel-Shop, hört sich komisch an, aber du weißt, was ich meine, macht also keinen Sinn, sich genau dort zu positionieren, sondern überlege dir, was ist das, was du alleine ein anderes Merkmal hast, als irgendwie ein anderer Konkurrent von dir. So, und ich habe gesagt, am Anfang des Videos habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich meine insgesamt fünf Punkte, und das ist der fünfte Punkt, den ich aber auch einmal hier farblich gerne mit aufnehmen möchte, boah, ich bin voller Grafiker, und zwar, zeige ich euch, ist mein Hintern jetzt eigentlich in einer tollen Position? Nein, sieht man gar nicht. Okay. Der fünfte Punkt ist Umsetzen, wir können das nicht häufig genug sagen, es ist nicht am Ende der Funnel, es ist nicht am Ende der Traffic, es ist am Ende nicht die Werbekampagne, sondern Ideen gibt es zu Tausenden. Ich weiß nicht, ob du da draußen einer von denen bist, ich habe da schon mal dran gedacht, also ein paar Jahre her, Facebook ist, lass uns das mal ganz runterbrechen, eine Plattform, auf der sich Menschen begeistert unterhalten können, Ende aus Banane. Hatte die Idee, von wegen ich kann mich mit einem Netzwerk, mit Freunden online treffen, mich darüber austauschen und so weiter, hatte die nicht jeder von uns schon mal, am Ende hat aber keiner von uns Facebook gegründet, sondern der liebe Marc. Also ist all das Ganze hier voll für die Katze und für den Arsch und für was auch immer, wenn du nicht ins Umsetzen kommst, weil die ganzen Ideen, die es da draußen gibt, es gibt jeden Tag Ideen und Ideen, davon ist noch keiner reich geworden, also geh hin, mach dir einen Plan und fang einfach mal an. Hör nicht darauf, was andere Leute sagen, das kann ich dir aus gutem Gewissen mitgeben und deswegen würde ich halt immer mein eigenes Ding machen, scheiß drauf, was andere sagen, weil irgendwann kommen die Leute zu dir und fragen dich, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Das wird passieren, aber eben nur, wenn du diese Sachen ausblendest und deswegen dachte ich mir, erzähle ich mal so ein paar Tipps, wie ich damals mein Business gestartet habe und wie du es am Ende eins zu eins für dich kopieren kannst. Sollte es dir gefallen haben, würde ich mich sehr freuen. Dadurch, dass wir natürlich Adventszeit haben und ich bin hier die ganze Zeit in Kampf mit unserem Adventskranzbaum, Adventsbaum, Adventskranzbaum, möchte ich dir einmal mitteilen, wir haben natürlich auch heute wieder ein erstklassiges Geschenk, was wir rausgeben und zwar, sehr geil, wir waren jetzt erst noch letzte Woche in München und wir werden dieses Jahr, nächste Woche, diese Woche werden wir wieder einen machen und zwar bekommst du ein Freilich-Session. Du bekommst also ein Gratis-Ticket für unseren Power-Praxis-Workshop. Unser Workshop kostet normalerweise 350 Euro netto in der Early-Bird-Phase, ich glaube 249. Von daher ist es schon mal ein nettes Ding, brauchst du also schon mal nicht kaufen, sondern du kommst halt eben zu uns, zu einem Workshop, wir machen sie in der Regel Düsseldorf-München, ich möchte nächstes Jahr einen in Miami vielleicht machen, da muss ich mal mit Pascal und Jeremy sprechen, aber auf jeden Fall 2019 werden wir Düsseldorf-München wieder machen. Du bekommst ein Ticket geschenkt. Was musst du dafür tun? Du musst einen geilen Kommentar lassen, nicht so ein nettes Video, sondern mach einfach mal einen geilen Kommentar, es ist Weihnachten, es ist nette Stimmung, da macht es auf jeden Fall im Internet keinen Sinn, fiese Sachen zu verbreiten, sondern gib dem ganzen Daumen hoch, teile das Ganze, so vielen möglichen Menschen, wie nur irgendwie geht, bei Instagram verlinke uns, bis zum geht nicht mehr, ich gebe schon ganz viele Leute, die uns immer wieder in den Storys verlinken, was wir super spannend und toll finden, weil wir das immer reposten, deswegen nutze Instagram, nutze Facebook, verlinke Leute, teile unsere Message und deine und lass vor allem einen netten Kommentar da. Und, ich gebe jetzt noch was dazu, weil es jetzt gerade spontan hier rumliegt, du kriegst von uns ein Conversionator T-Shirt auch noch mit on top dazu, das heißt also, wenn du das gerne zum Workshop mit anziehen möchtest, dann unterscheidest du dich schon mal von vielen anderen, von daher, das kriegst du auch noch mit on top. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde es mega. Also, in diesem Sinne, wenn dir alles gefallen hat, du weißt, was du zu tun hast, in der Beschreibung steht nochmal alles drin, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und sage bis zum nächsten Video, euer Dominik. Ciao.